Die USA, China und Europa liefern sich bereits jetzt ein massives Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein dramatischer Kampf, der auch die bisherige Regierung erfasst hat. Während Bundeskanzler Sebastian Kurz aktiv in das Rennen um einen Impfstoff für jeden Österreicher einsteigen will, setzt Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf ein koordiniertes EU-Vorgehen. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben sich jedenfalls bereits zusammengeschlossen, um sich einen derzeit noch nicht existenten Impfstoff für 400 Millionen Menschen beim britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca gesichert. Insgesamt leben freilich knapp 500 Millionen Menschen in der EU. Im Gesundheitsministerium kommentiert man diese Impfallianz als Vorteil für alle EU-Mitgliedstaaten und damit auch Österreich. Hinter den Kulissen sieht man das im Kanzleramt angesichts der im März bestandenen Dramen um ausreichend Schutzausrüstung allerdings weniger entspannt. Kurz setzt dabei aber offensichtlich auf seine persönliche Allianz zu Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn diese verlässt sich nicht auf die Vierer Allianz und die EU. Neben dem Einkauf bei AstraZeneca ist Deutschland nur mit 300 Millionen Euro beim Biotech-Unternehmen CureVac, an dem auch die USA großes Interesse zeigen, eingestiegen. Auch diese Firma sucht derzeit noch einen Wirkstoff gegen das Coronavirus. Spahn meinte, dass sich mehrere Länder bereits Präparate gesichert hätten. Daher müsste jetzt auch Deutschland nachziehen. Immerhin könnte erst ein Impfstoff die Coronavirus-Pandemie, die in China gerade wieder losgeht, stoppen. Daher investiert Berlin nun doppelgleisig. Im Kanzleramt will man sowohl mit Deutschland als auch mit der EU im Geschäft bleiben.